Glacial Blue von R. West aus dem Bokabi Verlag 1. Bastian Fair fischte seinen Schlüsselbund auf den letzten Stufen des Treppenaufgangs aus der übervollen Tasche seiner Jacke. An einem der Ringe baumelte ein Keramikanhänger in Form eines Amsterdamer Grachtenhauses. Er war an den Kanten bereits abgegriffen, lag deswegen umso besser in der Hand und erinnerte ihn daran, wo er herkam. Mit leisen Handgriffen schloss Bastian die Tür zu dem Apartment unter dem Dach auf und verschwand im dunklen Flur dahinter. Im Haus befanden sich noch drei andere Wohneinheiten, alle belegt, soweit er wusste. Bisher waren sie noch nie einem der Nachbarn begegnet und er würde es gern dabei belassen, zumindest so lange sie sich noch nicht auf eine einheitliche Geschichte geeinigt hatten, die erklärte, warum sie hier von Zeit zu Zeit auftauchten. Und diese Einigung schien, wie so viele, noch in weiter Ferne. Der Haustürschlüssel landete auf der Kommode direkt neben der Tür. Bastian stieg währenddessen aus seinen Schuhen und schob sie mit der Fußspitze unter das Billigmöbel. Seine Jacke fand ihren Platz an einem Haken darüber. Bastian hatte in seinem Leben noch keinen ganzen Tag in Oslo oder dieser Wohnung verbracht und würde es auch nicht tun, soweit er wusste. Ein kleines Zuhause war er aber trotzdem dieser Ort. Und die letzten Jahre hatten ihn gelehrt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sich ihm anboten. Auf dem Weg durch den Flur, am Spiegel vorbei, hob er unbewusst die Hand in seine Haare. Er tat es jedes Mal. Dabei saß alles, wie es sitzen sollte, in einer provokanten Welle tief in die Augen. Er konnte seine Finger gerade noch davon abhalten, irgendetwas zurechtzurücken und grinste sich dabei selbst ins Gesicht. Die 2010er waren ihm am liebsten. Hier konnte er herumlaufen, wie immer, und keiner sah sich zweimal nach ihm um. Zerschlissene Jeans oder nicht, hatte sich nicht viel getan in den paar Jahren. Der Dielenboden knarzte wie gewohnt leise im Takt seiner Schritte, als er vom Zimmer zu Zimmer ging, die Lichter anmachte, die Fenster öffnete und im Vorbeigehen flüchtig über Regalböden und Tischplatten strich, um sicherzugehen, dass sich seit dem letzten Besuch nicht allzu viel Staub angesammelt hatte. Vor zwei Monaten war der vorige Besitzer ausgezogen. Seit einem Monat befand sich die Wohnung mitsamt Möbeljahr auf dem Markt und nächste Woche würde ein neuer Kaufvertrag unterschrieben werden. Ein junges Paar, ein Schlafzimmer, ein Medienraum statt der Bibliothek, die heute noch das Zentrum der Wohnung darstellte und das pure, frisch verliebte Glück. Sechs Monate später dann zwei Schlafzimmer, verärgerte Nachbarn und ein BG-geeignetes Wohnzimmer. Im Ganzen stand diese Wohnung gut sieben Wochen leer. Nur drei Nachmittage waren durch Besichtigungen und die Reinigungsfirma verplant. Den Rest der Zeit konnten sie daran machen, was sie wollten. Solange Bastian weiterhin Buch darüber führte, wann genau sie dieses Apartment für ihre Zusammenkünfte nutzten, würde sie das problemlos noch jahrelang tun können, ohne sich den Nachbarn erklären zu müssen. Der Kühlschrank leuchtete feierlich auf, als er die Tür öffnete. Bis auf ein paar Flaschen Bier vom letzten Treffen am Tag zuvor fehlte nichts weiter. Die Sandwiches, die er beim Bäcker vorn an der Ecke besorgt hatte, waren noch frisch. Direkt daneben stand wie von Lydia gewünscht ein Päckchen ungewürzter Gemüsesticks. Er schloss die Tür mit einem zufriedenen Lachen und machte sich daran, den Geschirrspüler einzuräumen. Gestern Nacht, vor fast fünf Monaten, hatten sie sich das letzte Mal hier zusammengefunden. Gestern, in dieser Zeit. Fünf Monate für ihn und all die anderen. Bastian tat gut daran, nicht zu lange darüber nachzudenken, dass er gerade einen Geschirrspüler lehrte, den er vor fünf Monaten angestellt hatte. Das Geschirr darin aber war vom Spülvorgang immer noch warm, denn der war erst vor ein, zwei Stunden beendet worden. Also verwarf er den Gedanken mit einem Kopfschütteln und stapelte die handwarmen Teller auf. Ein paar davon ließ er direkt auf der Anrichte stehen, die Gläser auch. Den Rest räumte er in die Schränke und Schubladen. Dann wanderte er zurück in das Wohnzimmer, dessen Energiesparleuchten allmählich den Raum erhält. Drei der vier Wände waren mit Bücherregalen gesäumt. Der Vorbesitzer hatte sie und ihren Inhalt nicht mitnehmen wollen und der Vermieter zählte sie zur Einrichtung. Bastian hatte schon zwei Abende damit zugebracht, in den Regalen nach Schätzen zu stöbern. Heute fehlte ihm dafür die Geduld. Er warf das dünne Notizbuch, das er bei sich trug, auf den Couchtisch, wo es gebogen wie ein Schälchen liegen blieb, und ging noch einmal durch die Räume, schloss die Fenster wieder und drehte die Heizung auf. Zurück in der Bibliothek sah er sich suchend nach etwas um, das er vergessen oder nicht bedacht hatte. Diese Unruhe hing ihm schon seit Stunden im Nacken. Nur langsam machte sich die Erkenntnis breit, dass seine Nervosität vielleicht gar nichts mit dem bevorstehenden Treffen zu tun hatte. So etwas hatte er jetzt schon ein halbes Dutzend Mal organisiert. Meistens hatten sie sich hier in diesem Apartment getroffen und immer war alles glatt gegangen. Bastian drehte sich einmal um sich selbst, lauschte in sich hinein und zählte still die Tage. Es waren sechs. Sechs Tage unterwegs. Ein paar hundert mehr oder weniger, nicht in seiner eigenen Zeit. Die hier machte keinen großen Unterschied. Das war nur ein Sprung von knapp fünf Jahren. Sein 2011 und dieses 2016. Aber davor war er weiter entfernt gewesen. Es war der Drang, nach Hause zu gehen, der auf sich aufmerksam machte. Wenigstens äußerte er sich dieses Mal nur durch Nervosität. Das letzte Mal waren es stechende Kopfschmerzen gewesen, die ihm mehr als unsanft aufs der Bahn geworfen hatten. Aber einen halben Tag länger. Das sollte wohl gehen. Trotzdem schnappte er sich seine Unterlagen vom Tisch, rollte sie wieder zusammen und stopfte sie sich in den Rücken zwischen Hosenbund und Shirt. Alles, was er nicht am Körper trug, würde er bei einem überstürzten Aufbruch nicht mitnehmen können. Und nichts war peinlicher, als noch einmal zurückkommen zu müssen oder schlimmer, mit so einer dummen Geschichte einen der anderen dazu zwingen, auf seine Sachen aufzupassen. Mit einem frustrierten Schnauben stapfte er schließlich auch zurück in den Flur und schlüpfte wieder in seine Schuhe. Die Jacke konnte bleiben. Er nahm nur den Schlüssel an sich, das Geld, das er bei sich trug, und seinen Ausweis. In solchen Momenten ärgerte es ihn. Die Fähigkeit zu haben, durch die Zeit zu reisen, über diesen Planeten zu wandern, wohin auch immer er mochte, und doch nur begrenzte Kontrolle darüber zu haben, wie es geschah und vor allem wann. Gut, dass er das Philosophieren anderen überließ. Denn wie konnte da diese gewaltige Möglichkeit sein, alles auf dieser Welt zu sehen und zu tun, und gleichzeitig dieser unbändige Drang, zurück in seine eigene Zeit zu kommen, in sein eigenes Leben, seine Linie, zurück in die Bahn seines eigenen Schicksals. Es war absurd. Die Hände in die Taschen seiner Jeans gehakt, postierte Bastian sich schließlich vor dem Fenster im Wohnzimmer, von wo aus er auf die Straße vor dem Gebäude, die gegenüberliegenden Wohnhäuser und die geparkten Autos sehen konnte. Die Unruhe in ihm hatte einen Grund, der nur mit ihm zu tun hatte, das wusste er. Hatte sie auch Ähnlichkeit mit der Art Misstrauen, die ihn manchmal auf Reisen überkam, wenn er unvermittelt herumfuhr und sich umsah, weil er das Gefühl hatte, etwas stimmte nicht. Wenn er durch Zufall in einen anderen Reisenden gestolpert war. Wobei ein Zufall bei den Milliarden an Optionen praktisch ausgeschlossen sein musste. Es sei denn, die Zeit hatte auch dort ihre Finger im Spiel. Bastian schüttelte in Gedanken den Kopf. Da stand er nun und philosophierte doch. Johns Anblick in der Spiegelung des Fensters traf ihn kurz darauf dermaßen unverhofft, dass der Schreck darüber alle halbgaren Gedanken im Keim erstickte. Bastian hatte ihn nicht kommen gehört und fuhr herum. Den zierlichen Beistelltisch, den er bei dem ungeschickten Manöver zu Fall brachte, fing er nicht mehr auf. Er fiel ihm krachend vor die Füße. Das war der Anfang aus Glacial Blue von Arwest aus dem Bokapi Verlag. Und jetzt das war der Anfang aus. Vielen Dank.